Oh, Südl ist da! Es klappt! Okay, dann bräuchten wir gleich einmal einen kleinen Countdown. Nicht hauen, nicht hauen! Seid lieb! Ey, wir sind nicht ganz drin und die beiden Mädels geben sich harte Kante. Merkst du das? Okay. Ich muss das testen. Ich hab das noch nie gespielt. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit einem 5-Sekunden-Counter. Oh, das geht ja schon wieder los. Los geht's! First to 20 gewinnt. Ja, ist das jetzt schon das Name? Yes. Noch nicht. Hä? Oh, ich bin tot! Erster Punkt für mich. Nächste Runde. Geht direkt weiter. Was bin ich denn? Oh, das ist eine Waffe. Ich lach so wie es ist. Hey, wie hast denn du bitte eine Waffe auf einmal? Ja, die liegt immer noch eine. Ich leg mal hier lang. Weißt du eigentlich, was Pazifisten sind? Äh, grab mal mit. Ich bin hier nicht. Achso, wenn du Controller hast. Ich bin hier nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Oh. 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 Colin, die zweite. Oh. Uh. Das kann so nicht weitergehen, Leute. Aber ich hab leichte Legs. Oh. Oh, Junge, was ist das denn für eine Waffe? Es knallt. Oh. Der Heilbarm rastet komplett aus. Gib ihm. Mich gibts nicht, mich gibts nicht. Das ist nicht mein Spiel. Bin ich raus. Ich bin gar nicht hier. Komm, komm, komm. Red mal mit mir. Komm, komm. Du willst die Waffe da auch nicht. Nein. 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 Das gibts ja nicht. Ich hab gedacht, ich hab dich auseinander... Du hast dich auseinander genommen. Schade. Ich verstecke jetzt mal hier. Nein. Gib das nicht. Ich stelle mich genau vors Rohr. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Gib ihm. Gib ihm. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Es sieht halt so völlig unkontrolliert aus. Oh Mann. Einzelnen Chat, wenn ihr sagt, dass Colin... Ich war voll gut gerade. Meine Verhältnisse waren alles radisch. Oha. Einzelnen Chat, wenn ihr glaubt, Colin ist der Beste in dem Spiel. Das stimmt. Ich bring was mit, Jungs. Bleibt mal stehen. Oh, ich kann Würste schießen. Nein, ich hänge, ich hänge. Geh weg von mir. Ich kann Würste schießen. Nein. Das ist schon gut. Eigerlich. Huch. 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 Hey. Huch. 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 Wir sind so zu typisch. Huch. 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 ist aber verschwunden. Hallo? Nein, 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 ich bin nicht da. Gib mir Colin. Nein, nein. Ich gab es schon gar nicht mehr. War ich das? Ja, Sudl, das warst du. Crazy. Random. Oh, ich hab da was. Nein, das bin gar nicht ich. Verdammt. Ich habe gerade gar nicht geschnallt, was ich mache. Ich habe einfach irgendwie rumgedrückt. Ah. Okay, nicht raus. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Pass auf, ich bin nicht. Oh, nein. Oha. Ich habe gerade erst die Maus nach links und rechts geblieben. So schlecht. Colin, ich komme mal hin. Ich mache links, rechts, links, rechts. Oh, was ist das denn? Das sieht gefährlich aus. Uh, uh. Mein Wirt ist verschwunden. Ciao. Oha. Ich sudel einfach im Dauerfeuer in den Abgrund. Ich bin wild einfach nur irgendwas. Irgendwas. rein. Oha. Oha. Was ist jetzt passiert? Ich habe gewonnen. Oha. Pff. Entschuldigung. , wo ca. Ding. Uuuh. It's lovely. Boa, die Musik ist hart anstrengend, ey. Leider macht es ich trotz... Oha. Oh Gott. Das war es schon. Oha. Eine Schlange im Chat. Schlangen! Schlangen! Schlangen Oh mein Gott, yes! Auf den Millimeter. J-Lo, raus mit dir. Oh, ich bin runtergefallen. Warum nicht? Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Juhu! Grün gewinnt. Ich bleib jetzt einfach mal stehen und guck, was der ist. Hör ich. Nicht mich involvieren. Ich gehöre nicht dazu. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Einfach nur, einfach nur hier so. Ja, chill. Oh, Larry. Hey. Mach ich den dann. Hopp. 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 Hey. Boah, ich hab verloren. Sieger der Herzen, Colin. Sieger der Herzen. Ich hab alles getan, was ich vortre. Es ist gut, den Seestern zu machen. Ich kann nicht mehr spielen. Oh, was für ein blöder Würfel. Boah. Ich hab verstanden. Oh. Oh, oh. Sude. Da schummelt jemand. Sude. Nein. Oh, oh, oh. Oh, das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Oh, oh. Oh Gott. Warum hasst ihr mich so? Das wir mögen dich. Wir wollten dich doch unterfahren. Das fühl ich. Oh, das wird jetzt gefährlich. Was ist das? Ah. Oh Gott, ja gut. Ich bin schon mal runter mit dir. Ich bin schon voraus. Direkt tot. Nein. Lass mich am Leben. Ich will nur... Spreng. Leben. 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 Ein bisschen was von Tetris. Wir sind die Tetris-Steine mit MGs. Oh. Ui. Nein, nein, nein. Ich will aber nicht. Ah. Ich möchte das nicht. Das möchte ich nicht. Bitte. Ich möchte einfach nur... Komm, komm, komm. Ich möchte einfach nur auf den Boden aufkommen. Wie lange fallen wir hier noch? Bitte. Das macht doch alles keinen Sinn. Alles. Schlangenwerfer. Schlangenwerfer. Es ist wieder weg. Nein. Oh, oh. Ja. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, der Sperrmann. Ist das jetzt Sparta oder die? Leidon. Oh. Ich hab bei allen noch so gefühlt, wie damals mit den Lehrern, die eine schlechte Note random gegeben haben. Achso, ich muss in irgendeine Richtung rennen. Hups. Eieieiei. So bin ich denn nach da hinten. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh, die sehen gefährlich aus. Ja. Das war's schon für mich. Huch. Wie hast du das gemacht, Jella? Ich hab dich geduckt. Ich glaub, wenn wir das hier probieren. Ah, nein. Frech. Frech. Sehr frech. Ich weiß nicht. I don't know what I'm doing. Du slurpst über die Kisten. Das scheint offensichtlich die richtige Strategie zu sein. Ja, anscheinend, ja. Ich such grad noch, ob ich ne Waffe krieg. Hier. Was ist das? Ein Stock. Ah, das bringt mir nichts. Ich will schießen können. Nein. Oh. Du bist zu weit gelaufen. Ich bin zu weit auf die andere Seite gelaufen. Oh no. Jetzt hab ich wieder so ein Ding ausgegraben. Oh nein. Jella, du hast mich verkloppt. No. Ich wusste es. Wow. Das hab ich doch gesehen. In meinen eigenen Zweieröckern hab ich das erblickt. Hallo. Hüpf. Nicht in die Richtung jetzt. Uh. Oh Gott. Wer hier hochkommt, stirbt. Ja, ich merk schon. Das ist ne Ansage. Ich will das haben. Ohne, dass du mich... Wenn du herkommst, dann war's das. Können wir richtig sein. Oh. Nein, nein, bitte nicht. Der kriegt alle eine Schlange. Du kriegst eine Schlange. Und? Du kriegst eine Schlange. Weg mit euch. Uh. Wo bin ich? Oh Mann, ich renne gerade wie eine Irre hier rum. Scheiße. Oh Mann, ey. Rückstoß, mein Erzfeind. Nein. Ja, tatsächlich. Ich bin gleich da, Leute. Ich kämpf grad gegen die Wand. Buh. Shit. Oh. Da oben sind Schlangenwerfer. Mann ey. Ich kämpf immer dumm rum. Ich komm langsam rüber. Gib mir einen Moment. Ich höre. Okay, ich fechle. Check, check. Oh. Check, check, check. Stich, 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 stich. Ich hab ein Nein gefühlt. Nein. Haha. Der Colin hat so viele Punkte. Können wir den jetzt bitte mal fokussieren? Ich hab Verbindungserfahrung mit dem Degen. Oh. War das eine Schlagende Verbindung? Oh. Nicht schon wieder eine dumme Schlange. Weg mit der dummen Schlange. Ich wurde gerade... Oh. Nein. Huh. Oh ja. Ähm. 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 Ja. Oh. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Colin, hast du das gehört? Die Jailer führt. Hallo, 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 hallo. Nein, okay, okay. Oh, 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 oh. Ja. Oh, oh, doch. Komm her. Komm her. Yes. Nein. Warum sagt ihr das? Das ist voll Anti-Made. Das ist voll Anti-Made. Wir spielen alle im selben Team. Ich will auch Punke haben. Das ist das Problem. Ja, okay. Dann alle gegen Colin, hab ich gehört. Na, dann, aber du dann auch nicht. Ja. Wär auch Anti-Made, ne? Oh. Gibt's ja nicht. So, jetzt müssen wir aber der Jailer wirklich mal aufpassen, dass die hier... Ich bin generell von den Coins hin. Guck mal, guck mal. Ah. Ich kann so Dinge. Was ist so denn? Boah, jetzt gibt's ja nicht. Pseudo-Art ist gerade noch mal sieben Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Da gibt's Pseudo-Art. Glückwunsch, ja. Herzlichen Dank. Oh. Ach, really? Ich häng jetzt da so dumm rum. Hä? Wir machen da eine sehr seltsame. Oh, oh. Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Ach. In der Mitte bleiben, hab ich gehört. In der Mitte bleiben. Erfinderisch macht den. Haha. Colin. Lara Croft hab ich doch... Hier, Indiana Jones, Star Wars hab ich alles gesehen. Ah, 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 ah. Oh. Wer lässt sich die Kugel durch den Kopf gehen? Colin bleibt einfach in der Mitte. Da hab ich mich entspannt an die Seite gesetzt. Das gibt's ja gar nicht. Nein. Huh. Huh. Ey, Sudl. Wir machen doch Freunde. Ja, bitte. Ich lebe noch. Noch. Was ist das? Was war das? Mann. Nein. Brrrr. 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 Oh, gemein. Das war schon ein bisschen... Äh. Ähm. Ähm. Hasenknopf. Die sind doch alle auf derselben Seite. Oh, oh. Das hab ich schon... Erich. Tausend Dank. Dankeschön Hasenknopf. 1700 Euro sind jetzt. Crazy. Easy. Ich hab nichts gemacht. Oh. Scheint nicht vorgeschlagen. Hey. Nee. Oh. Boah. Jayla. Jayla. Ich müsste in diese Lücke rein. Nein. Entschuldigung. Das war lauter als geplant. Ich bin zu dick. Ich bin zu dick. Ich komm nicht in die Lücke. Schieß dich in die andere. Schieß dich in die andere. Oh mein Gott. In die Lücke. Nein. Jetzt, 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 jetzt. Deine Chance. Ja. Oh ja. Oh ja, Jayla. Nicht schlecht. Oh no, ey. Oh, 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 oh. Ich bin schon wieder tot. Oh nein. Oh, das war... Oh. Oh mein Ohr. Machinderü. Nani. 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 Ah ne. Oh, ich bin direkt in die falsche Richtung gesprungen. Super. Passiert dem Besten. Das mach ich aber auch entspannt. Ein Jayla Move hier. Einfach mal stehen bleiben und nichts tun. Man muss das Leben auch mal genießen. Oh. Helft uns bitte mal im Talk und zählt uns mal runter. Ich könnte mich nicht jedes Mal direkt killen, man. Das ist unfair. Jayla, du darfst mich aber auch nicht einfach hauen. Wir können uns ja mal verbünden. Der da oben hat schon wieder ne Knarre. Siehste? Und ich bin... Oh. Oh. Ähm. Okay. Okay. Das war nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. Jay, der ist zu stark. Der Colin macht das ganz sneaky. Ich glaube, der hat nicht die meisten Punkte gerade. Der ist ja schon wieder mit ner Schrote unterwegs. Geh! So, der... Hör auf! Heee! Was? Haha! Ich will die Knarre. So. Das wird dann eins gegen eins hier. Mann gegen Mann. Ich... Oh. Schlage sind unfair! Schlage sind unfair! Schlage sind unfair! Schlage sind unfair! Oh. Ist kalt. Hoi! Nein! Gib sie mir! Ich bin nicht da. Nein! Ich bin nicht da. Okay. Hast du jetzt mittlerweile zwei Waffen? Ich bin nicht da. Wir zwei beide. Komm. Guck, guck. Eins gegen eins. Ich bin nicht da. Ich will eigentlich nur... Ich will... Warte, 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 warte. Was ist das überhaupt? Was ist das? Nein! 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 Colin braucht noch drei, höre ich gerade. Wir brauchen die Jailer noch. Vier. Noch fünf. Jailer, du musst mal ein bisschen mehr anziehen jetzt hier. Hier! Nein! 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 Ja! Nein! Oh! Ich bin jetzt... Ich bleibe jetzt hier. Nein! Nein, nein, nein! Jetzt geh ich hier drüber. Und jetzt geh ich hier hoch. Und jetzt geh ich hier zurück. Und dann geh ich hier rüber. Und jetzt geh ich hier rüber. Und jetzt geh ich hier rüber. Nein! Wir zwei beide. Was ist das? Ah, super. Oh! Oh! Und Siegel dreht völlig frei. Noch zwei für Colin. Noch zwei für Colin. Oh oh. Ich hab eine Waffe. Und du wirst nicht zögern sie einzusetzen. Ich werde ja nicht zögern sie einzusetzen. Wer zu nahe kommt stirbt. Also Jailer hat erstmal kurz einen Prozess mit mir gemacht. Ähm. Komisch auf ihr will ich nicht. Also wenn wir gleichzeitig ihn angreifen, dann kann er nicht. Auf die Plätze. Fertig. Jetzt. Oh! Was ist das für ein Laser? Wow! Respekt! Was echt ne große Wumme Jailer. Oh ja! Ein ordentliches Geschoss. Ein Schlangenwerfer. Der ist ja schon. Ich versteh doch nicht. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzzzzzzzz. Zzzzzzzzzz. Oh oh. Perfekt. Perfekt. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Ich brauch mal zwei Zahlen in der Hand. Helft mir. Es steht 18, 18 gerade. 18, 18. Jailer hat 18. Beides zwei. Wo? Wer wissen ihr das? Jailer 17. Jailer 17. Colin 18. Achso, okay. Dann zählt die erste Runde nicht, okay? Ey, jetzt hör mal auf hier mit deinen blöden... ey! Oh, Colin! Colin! Ich bin der Shotgun, Mann! Matchball! Okay, Leute! Nein, ich will nicht... Ich hab doch ne Krone, ich bin der König! Ich bin der König, bitte tut mir nicht weh! Bitte! Bitte! Oh, was ist das denn? Das war dein Leben! Oh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich war alle sehr gestioniert. Jayla braucht noch zwei. Colin, Matchball Nummer... Oh! 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 Wenn hier Waffen fallen, hier fallen Waffen! Hier fallen Waffen! No! Eins zu eins, Doppel-Matchball. Okay. Jayla gegen Colin. Jetzt entscheidet euch. Ich kann mich verbinden, aber ich kann jetzt Colin schwerer machen. Ja. Ja. Oh! Oh! Da sind Schusswaffen im Gebrauch! Oh, das gibt's ja nicht! Jayla! Wird Jayla das Ding hier noch holen? Oh mein Gott! Ja! Nein! Das gibt's nicht! Alex gewinnt! Nee, nee! Noch nicht! Noch nicht! Aber die Runde! Oh, ich glaub wir stehen... Hä? Was ist da denn jetzt passiert? Die wollten einfach zwischen euch das Endmatch! Jayla! Jayla! Waffe! Waffe! Ich komm nicht dran! Jayla, es tut mir leid, aber... Nein! Feuer! 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 Ich komm nicht dran! Oh! Wir haben ihn! Super spannend! Wir haben ihn! Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Doppelmatchball die nächste! Sude, komm wir machen das so unten zwischen uns! Nein! Keine Schlange! Nein! Oh! Und... Wir wohnen! Ich hab's geschafft! Wir haben einen Sieger! Hier geht's! Um einen Punkt! Knapper hätte es nicht ausfallen können! Respekt! Boah! Boah! Das war wirklich! Boah! Boah! Jayla! Herzlichen Glückwunsch! Leute! Perfektes Spiel! Kann man nicht anders sagen! Habt ihr großartig! Egal! Das war's! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!